moin moin meine lieben freunde herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von syl division 2 wir sind hier in der geisterbahn immer noch die haben wir ja beim letzten mal eingenommen und jetzt machen wir hier noch ein bisschen weiter und ja vielen dank dass ihr wieder da draußen mit am start seid ja vielen dank hast du den typen da unten mal deine vorräte gegeben ihr wasser und so ein scheiß für wasser ja ich mache das keine ahnung vielleicht links ja was ich jetzt halt nicht nur ein paar p und die diese 3p kannst du dir so tief in den alkanal sich so tief in seinen anus stecken dass er dran aufstecken tut ja es lohnt sich halt gar nicht du kriegst da wenn du da alles spendest irgendwie drei oder viertausend ep oder weniger sogar das ist ja gar nichts was für so eine mission kriegen wir halt 50.000 oder 60.000 machen wir jetzt propagandasendung ja wir gehen erst mal runter in das gebiet und machen die nehmen ist ja noch fertig ja rastet aus wieder er hat ein geschützt beleidigt ja gesagt kommen wir wieder ab im ärscher taliban ich frage mich ja ob eigentlich noch mal ein neuer teil von planet der affen kommen meinst du ja das frage ich mich halt ne weil sie stirbt ja am ende ne ja und weißt du das ist die vorgeschichte von den alten teilen von planet der affen also von den richtig alten nicht mit mir war das nein nein von richtig alten wo es die fünf teile schon gab ja aber hä aber die sind doch auf dem anderen planeten oder nein nein das ist der planet der affen quasi da wo da wo sie dann stirbt also in den neueren ja aber das ist ja auf der erde noch ja ja und aber spielt nicht der alte planet der affen der davon 1955 oder so ist auf dem anderen planeten nee das ist der planet die erde ja ja genau ach da leben aber nur die menschen als höhen menschen ne ja genau und werden da versklavt quasi genau die können ja nicht sprechen die menschen ok ok ja ich wollte er ist schon so lange her wo ich die meine kutte ja ja die sind aber auch gut ja ja die alten also was müssen wir denn hier machen auch da hinten hängt wer rum und speist eine granate alter der greift den stützpunkt an und gehört hiermit zu dem bereich bleibt man da in dem bereich ja völlig behindert was er gehört hier mit hilfe ja und greift deinem betten junge alter fertig hier alter machst du da jetzt noch nichts ich hatte nur gar einen rucksack bekommen so ich habe knie schoner bekommen hier falls du brauchst ähm x ach kann ich doch ich habe dir mal ein paar sachen geschmissen jo jo danke wie ich habe dir noch mehr geschmissen ja warte ich mach guck gleich jo 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 втор und fertig wir können weiter gehen jo okay ich wollte gerade sagen schon wieder gegner aber ich habe jetzt fast drei rüstungsbalken komplett voll etwas zwei ok ich gehe mir auf waffen schaden ja ich gehe auf fehligkeiten die liste in gefahr Aber vorhin bin ich auch so oft abgekackt bei Assassin's Creed. Okay. Ja, immer an derselben Stelle. Wieso das? Ja, zum Schluss bist du ja nochmal in Florenz und musst dann da halt so neun Lieutenants umbringen von diesem Spanier da. Ja, ja. Und da ist einer, der ist auf so einem Boot. So, der ist genau vor der Kapitänskajüte und davor stehen halt überall Soldaten und laufen da rum und so. Und dann habe ich halt nicht gewusst, wie man das macht und dann habe ich mir extra nochmal ein YouTube-Video angeguckt, wie die Scheiße da funktioniert. Oha, Philipp. Ja, weil ich das nicht wusste. Alter, dann habe ich auch so gedacht, boah, nee, ne? Kann aber auch nicht wahr sein. Ja, du. Aber ich habe es ja jetzt durch, zum Glück. Zum Glück, ja. Ja, hast du, hatte ich glaube gefragt, du machst dann direkt den dritten Teil, ne? Ja, genau. Ich spiele es nicht erst mal was anderes, ne? Nein. Ja, ich bin schon wieder tot, Junge. Ich komme. Okay. Ich kam da aus der Tür raus, ey. Ich bin schon wieder. Ja, du hältst erst mal deine Drohne, alles klar. Ne, ich spiele direkt weiter, ist das das Spiel? Ich habe richtig Lust auf die alten Teile. Den machst du dann nächste Woche, also wenn du Urlaub hast, spielst du wieder mehr, war? Ja, genau. Dann wäre ich wahrscheinlich die ganze Woche streamen. Und abends nehmen wir dann auf. Ja, wenn ich dazu komme, halt, ne? Ja. Kann ja nicht, ich weiß ja auch nicht, ob ich jeden Tag dann wieder kann. Aber auf jeden Fall können wir dann auch schon öfters das machen, ja. Kommunikationsrelais offline. Költen wir auch, wenn du immer Frühschicht hast, machen. Für den Abend, zwei, ein, zwei Stunden, ne? Wohin bist du denn jetzt hin? Transmitter aktivieren, zwei von drei. Ja, zwei habe ich ja jetzt aktiviert, einer erfüllt. Ich empfange keine Breitbandübertragungen von dort und jetzt suchen sie dieses Technikversteck. Schade-Technologie erkannt. Und die sind unter mir, ne? Gestern habe ich mir auch auf Netflix den neuen Film mit Jamie Fox angeguckt, hier, Day Shift. Also die Komödie. Ja, genau. Das ist ja so eine Vampir-Komödie, ne? Ja, genau. War gut? Ja, ich fand den lustig. Snoop Dogg spielt auch mit. Der alte Drohendealer. Ja. Ja, Gott sei Dank sind nicht alle Filme von Netflix scheiße, ne? Ne, das stimmt. Ja, und dann will ich mir noch Dings angucken. Das dritte Buch von Dotter, Dragons Blood. Ja. Das kam ja jetzt auch vor kurzem raus, das ist die dritte Staffel. Hatte Netflix angezeigt, äh, heute wo wir gleich geguckt hatten, dass das wohl gestern oder so rauskam. Ja. Hier ist noch nur ein Hund, oder ne? Ja. Ich seh keinen, oder? Doch da, jetzt ist er tot. Auf der Treppe hat abgespaß. Achso, wieso, wir sollen den Angriff überleben? Ja, von den True Suns hier. Ja, wo greift es denn an, Junge? Ja, die haben wir ja schon alle weg gemacht. Ach, hier von... Da kommen noch Spastis. Von hinten. Der wieder ausrastet mit seinem scheiß Granatwerk. Ja, toll, er ist schon tot. Er wollte schon von, von meinen Drohnen weggepumpst. Und ich hab, und ich hab auch alle Staffeln geguckt von Jurassic World Neue Abenteuer. Das animierte mit den Kindern. Ja, genau, da kam auch die fünfte Staffel raus, die letzte. Ja. Und dann verlassen sie auch die Insel. Und die schließt genau ab, wenn der zweite Teil zu Ende ist von Jurassic World. Okay. Genau dann kommen die zurück, und dann sagt die Arne, hier in deiner Nähe ist das Lockwood anwesend, da sind Dinosaurier ausgebrochen und so, und dann guckt er aus dem Fenster, und dann läuft ein Dinosaurier vorbei am Fenster. Alles klar. Ja, und das ist halt dann der Startschuss zum dritten Teil. Ach ja, gut, ne? Können wir hier auch raus, ja. Mensch, ich bin ganz schön müde heute. Ja? Ach ja, da haben wir auch nichts für. Ja, das Wetter, ne? Ja, das Wetter macht einen fertig, ja. 500 Grad, Alter. Ja. Warst du schon im Pool heute? Ne, ich war die ganze Woche nicht im Pool. Ich war nur drin. Ja, 20 Stunden zu fliegen, ne? Wer hat Zeit für den Pool? Ich wollte auch, äh, er wollte eigentlich auch noch Rasenmähen, mein Rasenmähträger ist wieder heiler, aber es war so warm, ey, ich hab keinen Bock gehabt. Ich lass den noch, äh, diese Woche noch wachsen und dann am Samstag werde ich dann wahrscheinlich Rasenmähen. Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, werde ich auf jeden Fall, also da werde ich auf jeden Fall Rasenmähen. Ich will jetzt den Not. Ja, Spendernot. Er presst schon wieder nach vorne. Ja. Ja, du bist die Vorhut. 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 Hier, die sind doch Geisel. Ja, scheiß auf die. Hallo, die werden öffentlich hingerichtet. Ja, haben sie Pech gehabt, dann müssen sie mal zusehen, wie sie klarkommen in ihr Leben. Ja, können sie ja nicht. Ja, das ist vorbei. Ja, das ist vorbei. Ja, was gehen, laufen die hier auch rum? Hat ihnen das wir angeschafft? Äh. Sie wissen noch, dass es gefährlich ist, also wisstest du doch, worauf sie sich einlassen, oder ne? Ja, ist ja in Ordnung. Ja, Mann. Wir sind hier nicht Zeugen Jerusalem, die jeden retten müssen. Und ne? Ne. Das ist vorbei. Achso. Hier ist ein fetter Juggernaut, den kann man wegmachen, weil der etwas pinkes vielleicht verhandelt. Guck mal, hier ist 5G. Guck mal. 5G gibt es erst seit zwei Jahren bei uns in der Realität. Das Spiel hat die Zukunft vorher gesagt. Ja, was denn? Ist doch so. Ja, hab ich von dir gelernt. Achso. Wie so ein Ork zu klingen jedes Mal, der, welcher bei, ähm, vor der Festung steht und dann immer anfängt zu schreien, Junge. Ohhhh. Ohhhh. Vor allem kam der Hurenbock. Haha. Ja, den find ich so geil. Haha. Das schreit. Haha. Alle sind still, dann kommt der Fall geflogen, alle rasten aus. Ja. Die komplette Ausrastung. Haha. Haha. Oh, fertig? Wie? Ja, ich muss ja Gründer verkaufen. Was so? Wie konnte man alle markieren? Gar nicht, ne? Bei der Waffen? Ne, gar nicht. Doch, bei der Waffen ging das auch. Ja? Ja. Ja. Weg hier. Haha. Also, alles verkaufen. Kann ich jetzt weitermachen? Ja, lass nicht doch mal alles hier verkaufen. Ja, ist ja in Ordnung. Bleib locker. Gibt schon wieder fast 1000 Groschen, siehste? Mhm. Hat sich schon gelohnt. So, dann muss ich noch meine Drohne pimpen und dann können wir weitermachen. Wir haben neue Kleidung bekommen. Das ist toll für dich. Mhm. Finde ich auch. Nee, ich nicht. Mhm. Mhm. Ich habe keine kurzen Hosen, doch habe ich. So kurz sind die auch nicht. Äh, F war das. Jo. Können wir weitermachen. Ja. Verbündete Kämpfer entdeckt. Ist ja okay jetzt. Wir können aber uns mal zum Campus zurück teleportieren, ne? Zum Campus? Äh, warte mal. Nee, noch nicht. Wir können das noch machen. Was? Dann habe ich markiert. Wir müssen ihnen den Saft abdrehen. Wir müssen wieder in das Loch hier rein. Und dann müssen wir den Saft aufdrehen. Bis es klatscht. Weiß nicht, wovon die Rede war. Nee. Der schöne Saft des Lebens. Mhm. Wo bist du jetzt? Wo bist du denn hingelaufen? Ja, wieder aus. Von wo wir gekommen sind. Bei dem großen Loch. Bei dem großen, dicken Loch. Wo der Juggernaut war. Ich hab doch gesagt. Durch das Loch. Du bist durch das falsche Loch rausgegangen. Aber es ist nicht schlimm. Dann müsstest du mich jetzt sehen. Ja, ich sehe dich. Nicht darum schieße. Wo willst du hin zum Nest? Ja, was ich markiert habe, ja. Propaganda aus dem Post und der Outcast. Da kriegen wir noch mal die letzte Reichheitsstufe des weißen Hauses. Und dann können wir da nämlich alles bauen und umrüsten und so. So, lass einfach weitergehen, weil das wollen wir noch nicht machen. Und das können wir auch noch gar nicht machen. Weil die Kollegen sind, haben höheres Level wie wir. Leute, jetzt ist aber mal gut. Mann. Ich muss mir noch Red Bull bestellen. Mach mal. Ja, ich weiß nicht. Du trinkst Monster, ne? Ja, aber auch nur den grün. Okay. Die andere Scheiße, ne. Das schmeckt mir nicht. Hast du schon mal andere probiert? Ja, natürlich. Sonst würdest du ja nicht sagen. Ja, weiß ich nicht. Kann ja auch nur sein, dass du nur einen anderen getrunken hast. Du hast gesagt, sie schmecken alle Scheiße. Ne, ich habe schon einige getrunken. Diesen hellblauen da. Weißt du, wenn ich mal? Ja, ja. Dann diesen bunten da, der diese Regenbogenfarben hat da. Ja. So türkismäßig. Den roten oder pinken, was das war. Ja, okay. Und den grünen. Ja, weil ich halt auch immer am überlegen bin, mir die mal zu holen. Aber wenn du sagst, sie schmecken nicht so geil, dann verschmecken sie nicht. Also, mir schmecken sie nicht. Also. Ja. Ich werde da jetzt auch keinen. Wenn, wenn, weil dazu ist es mir dann auch, hm. Einfach zu schade, weil viel zu viel drin ist. Und das will ich dann halt auch nicht wegschmeißen. Das stimmt. Ja, was denn? Da ist doch ein halber Lied da drin oder so. Ja. Das sind ja diese großen Dosen. Ja, ja. Deswegen ja. Das ist halt auch zu schade, dann das wegzuschmeißen. Ja. Hey, du Schwein. Ach, hier gehen. Ja. Mal wieder. Ja. Keine True Sons. Ja. Die haben ja auch erstmal genug aufs Arschloch bekommen. Ja, richtig. Das ist ein Sniper, ne? Ja. Ich hab trotzdem Schrot. Ja, ich hab's gesehen. Warum? Das macht hier einer von den True Sons. Vielleicht arbeiten die zusammen. Naja, eigentlich nicht. Ja. Ja. Das war hier gerade ein billiger... Wir müssen sie irgendwie durch das Tool. Vielleicht hat Isaac eine Idee. Alter ey. Das war gerade ein billiger Abklatsch der Cleaner, Junge. Granate geht raus. Der ist zusammengeklappt wie so ein nasser Sack. Ja. Wie so ein Kartoffelsack. Der hat auch keine Rippen, Junge. Da müssen wir mal zum Campus, weil da müssen wir mit den ganzen Affenärschen da reden, die da sind. Und dann schalten wir Sachen im weißen Haus fragen. Dann müssen wir ins weiße Haus, aber dann ist wahrscheinlich auch die Folge schon wieder rum. Der ist schon längst um. Ja, lass uns das mal noch hier zu Ende machen. Ja. Der ist ja gleich hier vorbei. Wir müssen Sprengstoff finden. Ja, ist der nicht hier vorne gewesen? Ja, keine Ahnung. Hier ist er. Ja, hast du ihn? Nee. So. Ach, jetzt müssen wir hier noch das Sprengstoff legen. Ja, machen wir. Hab ich. Scheiße. Was ist das nur mit euch, die Vision Agents und eurer Liebe für Explosionen? Katharsis. Machen Sie diese Arschlächer fertig. Wo ist eigentlich diese alte Japanerin, die uns die ganze Zeit vorschreibt, was wir machen sollen? Ist sie nicht im weißen Haus? Ja, warum kämpft die nicht mit? Ja, weil die keinen Bock hat. Die hat doch ein Bein verloren, oder nicht? Oder war das die Schwatte? Nein, nein. Das war die Schwatte, die da in der ersten Siedlung hockt, weißt du? Ja, ja. Die hat das Bein verloren, aber nicht die. Die hat einfach keinen Bock. Die sagt uns nur, was wir machen sollen. Und um uns dann auf die Eier zu achten, da kommt ein paar raus. Ja, ach was. Aber du musst mich mal wieder beleben, komm auf die andere Seite, da ist keiner. Das ist heute schon seine vierte Schießerei, hast du gehört? Ja. So. Der arme Mensch. Starten Sie den Sender neu, das sollte die Verbindung trennen. Ja, mach mal. Mach ich. Mach mal, Genki-Dama. Dann schauen Sie mal, ob wir den Sender finden. Ja, N24. Ach ne, das ist kein Radiosender. Radio 21. So, Entschuldigung bitte. Was hat das denn jetzt in der Explosion? So, ich hatte sie auf. Ja. Willkommen mit keinem Signal. Überprüfen Sie mal die Stromversorgung. Ja, überprüf mal. Mal es halt. Ja, ich bin noch auf dem Weg, Junge. Immer noch nichts, vielleicht haben die einen Störsender. Ah, Junge, du Affensohn. Was die auf einmal alles haben, ne? Ja. Ja, ich empfange den Sender laut und deutlich. Schön. Ja, jetzt wäre es vorbei gewesen. Wir haben doch schon die halbe Generation ausgelöscht, aber ich schicke noch die letzte Generation los. Ja. Oh, ein Fettsack auch. Hier frisst der Granate. Der ist im Haus drin, ne? Ja, der hat keinen Bock. Nee. Der wirst ja den ganzen Freunden sterben. Ja. Er ist tot. Okay. Da kommt ein Täter. Jetzt kommen unsere Leute, weißt du? Ja, ja. Wir müssen wieder zu Ende und dann kommen sie. Ja, Arschgeigen, Alter. Die reißt uns hier mal den Arsch auf die Fotzen. Wir haben die verdient. Ich dachte, der Juggernaut ist tot. Der ist doch neu. Der ist doch neu, ja. Achso. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt. Wie kommt von hinten? War der tot? Ja. Jetzt ist fertig. Nee, da liegt was goldenes. Nee, da liegt was goldenes. Okay, Leute. Sichert den Sendemarsch und bringt alles, was wir finden und finden in Köln von Frankfurt. Wir sind mehr nützliche Sachen, als wir angenommen hatten. Sollte reichen, um eine Werkstatt einzurichten. Achso, das hatten wir schon mal. So, können wir zum Campus, ja? Dann reisen wir noch zusammen zum Campus. Ja. Reden da noch mit den Leuten und dann schmeißen wir die Leute raus. Machen wir Genki da mal. Mhm. Schnellreise zur Siedlung müssen wir, ne? Nee, zum Campus. Ja, ist doch die Siedlung. Ja. Ja. Widersprech mir doch nicht. Doch. Nee. Er lacht da erstmal wie ein Esel. So. Hier irgendwo müssen die Affenärsche rumhängen. Oder auch nicht. Okay. Das haben wir noch eingenommen. Nachschublieferung in der Nähe. Wir sind gar keine Leute mehr. Hey, wir haben doch die Mission für den Campus gemacht. Ja, die ist doch schon fertig. Ja, aber dann verändert sich der Campus auch. Das hat er ja nicht. Ja. Dann war es wohl noch nicht die letzte. Ja, doch. Aber egal. Schmeißen wir die Leute raus. Ja. Haben sie halt gelitten. Alles klar Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs zu sehen. Und haut rein. Ciao. 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 Ciao.